Moin Moin und herzlich willkommen. In diesem Video möchte ich mit euch über Twitter und Donald Trump reden und die Auswirkungen für die Europäische Union. Und nein, es geht nicht um seinen normalen Quatsch, den er so tweetet, sondern über eine neue Eskalationsstufe. Am Donnerstagabend hat US-Präsident Donald Trump nämlich einen Erlass zu sozialen Netzwerken unterschrieben, der wirklich besorgniserregend ist. Ihr habt bestimmt schon davon gehört. Der Erlass zählt auf Haftungsregelungen für Online-Plattformen und gilt als Kampfansage an Twitter, Facebook, YouTube und Co. Es geht darum, wie Plattformen mit den Inhalten umgehen sollen, die auf ihnen gepostet werden. Wie ihr wisst, arbeite ich gerade selber an einem Bericht, der sich genau mit dieser Frage beschäftigt. Welche Rolle spielen Online-Plattformen in der Gesellschaft? Welche Rolle spielen sie für unsere Grundrechte wie die Meinungsfreiheit? Wie müssen die Plattformen mit Inhalten umgehen? Und wann können sie für Inhalte haftbar gemacht werden? Wann müssen sie was löschen? Eine wahnsinnig komplexe Angelegenheit. Deswegen will ich mir mit euch heute genau anschauen, was Donald Trump gemacht hat, welche Hintergründe dabei eine Rolle spielen und welche Auswirkungen dieser Erlass hat. Fangen wir von vorne an. Was ist passiert? Donald Trump ist ja ohnehin nicht gerade für seine ausgewogenen Tweets bekannt. Bis jetzt hat Twitter aber alle Ergüste des Präsidenten so stehen lassen. Selbst wenn er politische Rivalen für den Tod ihrer Mitarbeiter verantwortlich macht, was mittlerweile als Fake News identifiziert ist, oder er seinen Mitbürgern empfiehlt, das Infektionsmittel zu trinken, oder aber er seine 80 Millionen Follower auf den Menschen bei Twitter hetzt, der dafür verantwortlich ist, dass sein Tweet als Fake News bzw. mit einem Warnhinweis versehen wurde. Das nennt man Harassment, was er da gemacht hat. Diese Woche ist es dann aber tatsächlich zur Eskalation gekommen. Twitter hat, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmals einen Tweet von Donald Trump mit einem Faktencheck versehen. Im Laufe der Corona-Pandemie haben soziale Medien angefangen, mehr und mehr gegen Desinformation vorzugehen. Das haben sie sich selber ausgedacht. Da gibt es keine gesetzlichen Regelungen. Die brauchen wir aber deswegen auch der DSA. Seitdem identifizieren die Plattformen fragwürdige Inhalte als möglicherweise Fake News. Twitter bietet in diesem Fällen dann weitere Infos aus anderen Quellen an, damit sich NutzerInnen gegenüber diese Desinformation informieren können. Als Trump getweetet hat, das Brief war im Manipuliertwerden, hat Twitter diesen Tweet mit einem Warnhinweis versehen und einen Faktencheck angeboten. Wir können uns darüber streiten, das soll jetzt gar nicht Teil dieses Videos sein, ob der Warnhinweis in Ordnung war, ob es unbedingt dieser Tweet sein sollte, ob die angebotenen Quellen vernünftig sind. All das muss man sich nochmal genau anschauen. Das soll jetzt gar nicht Sache dieses Videos sein. Sache, Inhalt dieses Videos ist, Trump hat was getwittert, was Twitter für nicht richtig hält und hat Alternativen zu Informationen angeboten. Das wiederum hat Trump, surprise, surprise, überhaupt nicht gefallen. Er fühlt sich nämlich von seinem Lieblingsmedium Twitter verraten und hat prompt Rache geschworen. Und diese Rache kam jetzt in Form eines Präsidentenerlasses zur Section 230 des Communications Decency Act, also zum Abschnitt 230 dieses Gesetzes. Dieser Paragraf regelt die Haftungsbeschränkungen von Plattformen beim Umgang mit strafbaren Inhalten. Handelt eine Plattform in Treu und Glauben, ist sie nicht für strafbare Inhalte haftbar, wenn sie gegen schädliche oder rechtswidrige Inhalte vorgeht. Eine sehr ähnliche Regelung, die eine Haftungserleichterung für Plattformen darstellt, haben wir auch in der Europäischen Union. Und genau das ist auch der Punkt, an dem man ein Gesetz zum Digital Services Act ansetzt. Wie genau das alles miteinander zusammenhängt, habe ich in einem extra Video gemacht, verlinke ich euch nochmal, würde jetzt hier zu weit führen. Was will Trump also an dieser Section 230 jetzt ändern? Er will verhindern, dass sich Plattformen in Inhalte einmischen. In seinem Erlass ordnet er an, dass die Bestimmungen von Section 230 so auszulegen sind, dass Plattformen ihre Haftungsbeschränkungen verlieren, wenn sie Inhalte moderieren. Dann wären Plattformen nämlich keine schwarzen Bretter mehr, sondern würden redaktionelle Entscheidungen treffen und die Verbreitung von Inhalten beeinflussen und lenken und würden dann auch die Haftung tragen. Trump argumentiert weiter, dass Plattformen eben nicht in Treu und Glauben handeln, also von der Haftung befreit sind, wenn sie Inhalte moderieren, löschen oder mit Faktenchecks versehen, sondern dass sie bewusst ihre politischen Gegner zensieren, aka Donald Trump. Also er macht eigentlich ein Gesetz gegen Richtigstellung seiner Tweets, was auch schon irgendwie wieder absurd ist. Er stellt sich dann übrigens jetzt auch als großer Verfechter der Meinungsfreiheit dar und schreit Zensur, obwohl Zensur von dem Staat ausgeht und nicht von privaten Unternehmen. Und es ist ja auch noch keine Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn man einen Tweet mit einem Hinweis versieht, dass das nicht richtig ist, sondern das ist tatsächlich Diskurs. Aber so viele Details würden Trump sicherlich überlassen. Er gibt jetzt also vor, für die Meinungsfreiheit zu kämpfen und präsentiert sich als der große Verfechter für die Meinungsfreiheit, indem er die Vorgaben aufhebt, die Plattform dazu anhalten, gegen obszöne, gewalttätige, diskriminierende oder sonst fragwürdige Inhalte vorzugehen. Das müssen wir in der Tat jetzt erstmal sortieren, denn so richtig verstehen kann man das alles nicht. Es gehen nämlich einige Konzepte, die hier vorhanden sind, durcheinander. Und das führt tatsächlich zu einem echten Schaden. Zuallererst zeigt sich an diesem Beispiel wieder mal die Methode Trump. Er stellt die Dinge ganz unverschämt auf den Kopf, er wütet gegen eine Zensur, die es gar nicht gibt, er greift aber Maßnahmen, die genau darauf abzielen, soziale Netzwerken einen Maulkorb anzulegen. Was wäre denn nämlich der Effekt, wenn die Haftung von Plattformen verstärkt wird? Dann würden Plattformen einfach mehr Inhalte löschen, wenn nur der leiseste Verdacht besteht, dass sie sozusagen für die Plattformen zu einer Haftung führen könnten, gerade weil die Plattformen nicht haften wollen. Sie sind eben schwarze Bretter. Trump will mit seinem Erlass jetzt bewirken, dass Plattformen jegliche Moderation von Inhalten, insbesondere von seinen Tweets, unterlassen und alles einfach so stehen lassen. Inklusive rechter Hetze, inklusive Hassrede, bis hin zu eindeutig strafbaren Äußerungen wie Verleumdung oder Volksverhetzung. Trump erreicht tatsächlich also im Gegenteil das, was er will, mehr Meinung, nein, das, was er vorgibt zu wollen, mehr Weidungsfreiheit. Hinzu kommt, dass Trump sagt, Plattformen werden dann redaktionell tätig, wenn sie den Zugang zu bestimmten Inhalten einschränken. Also, wenn Plattformen Inhalte blockieren, gelten sie als Redaktion. Wenn sie Redaktion sind, haften sie für Rechtsverletzungen durch Inhalte, die andere auf dieser Plattform posten. Aber wenn sie haften, müssen sie noch mehr Inhalte blockieren. Trump sagt also, er will gegen Zensur vorgehen. Tatsächlich schafft er aber einen Teufelskreis, der noch zu viel mehr Löschungen führen wird. Also wirklich genau das Gegenteil von dem, was er sagt. Hinzu kommt, dass sein Erlass rechtlich sehr fragwürdig ist. Er fordert nämlich die Bundesbehörde für Kommunikation auf, das Recht im Sinne des Erlasses auszulegen. Der Präsident der USA ist aber nicht befugt, Bundesbehörden direkt Anweisungen zu erteilen. Es ist fragwürdig, ob der Erlass vor einem Gericht überhaupt bestehen würde. Das ist Trump aber egal. Er nimmt die Gefahr hier in Kauf, einfach nur, weil er sauer ist. Der Präsident kann nicht einfach eine bestimmte Auslegung des Rechts vorgeben. Leute, das obliegt immer noch den Gerichten. Das nennt sich Gewaltenteilung. Der Erlass ist also zum großen Teil theatrale, gefährliche noch dazu. Und soll wohl eher dazu dienen, Twitter einzuschüchtern, weil sie es gewagt haben, sich mit Trump anzulegen. Twitter scheint sich dadurch aber nicht beeindrucken zu lassen. Als Trump heute zu den Protesten in Minneapolis getwittert hat, in Reaktion auf den Mord an George Floyd durch einen Polizisten, hat Trump getwittert, dass es sozusagen Schüsse geben wird. Und diesen Tweet hat Twitter als gewaltverherrlichend markiert und mit einer Warnung versehen. Normalerweise würde so ein Tweet von Twitter gelöscht werden, weil er gegen die Nutzungsbedingungen verstößt. Allerdings hat Twitter gesagt, es handelt sich bei Trump um eine wichtige Person des öffentlichen Lebens und deswegen könnte ein öffentliches Interesse an diesem Tweet bestehen. Deswegen ist er nur ausgegraut und man muss extra draufklicken, um ihn sehen zu können. Obwohl Trump sich mit Halbseidenden Erlassen wehrt, ist die Wirkung enorm gefährlich. Gerade weil wir momentan auch in Europa die Regeln für den Umgang mit Plattformen neu diskutieren, ist die Debatte, die Trump da gerade lostritt, für uns sehr wichtig. Und wir müssen sie unbedingt verfolgen, damit wir hier nicht im Zweifel die gleichen Fehler machen, wie sie in den USA passieren können. Es zeigt aber vor allem, dass man sinnvolle Regeln setzen muss für Plattformen und nicht einfach nur aus Rache eine Plattform sozusagen einschüchtern will. Das ist offensichtlich der falsche Weg. Wir müssen uns die Haftungsregeln sehr genau anschauen. Die Regeln für den Umgang mit Plattformen sind enorm fragil und jegliche Änderungen an den Regeln müssen sehr sorgfältig durchdacht und diskutiert werden. Und man kann die nicht mal eben in einer Stunde in so eine Executive Order zusammenschreiben. Es gilt nämlich, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und Rechtsdurchsetzung herzustellen, ohne dass einerseits Inhalte unverhältnismäßig oft gelöscht werden und andererseits müssen wir gleichzeitig vermeiden, dass krass schädliche Inhalte wie eben Volksverhetzungen sich wie ein Lauffeuer verbreiten. Meine Vorschläge dazu könnt ihr, wie gesagt, in meinem Video zum DSA sehen. Ich kann euch sagen, dass diese Debatte jetzt auch in Europa ankommen wird und wir sehr genau aufpassen müssen, welche Regelungen wir in Zukunft für das Internet erfassen. Diese Story wird noch weitergehen. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich über Fragen, Anregungen, Wünsche und Kritik. Bitte einfach in den Kommentaren, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da, wenn es euch besonders gut gefallen hat. Ich freue mich über ein Abo mit aktivierter Glocke für den Kanal. Bis dahin, macht's gut, haut rein, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.